Video-Documentation Preview So, mal gucken, wie das Wetter draußen ist. Wir waren ja jetzt auch lange hier drin. Scheiße. Schnee! Scheiße. Schnee! Der Bus, er ist weiß. Geil. Geil. Es schneit einfach. Das letzte Mal waren wir im Sommer hier. Was machen wir denn heute? Heute nehmen wir noch den ersten Gesang auf. Ist nicht mehr so viel. Bis sonst. Timo raucht nun nicht draußen, weil in der Gesangskabine ist heute nämlich jemand anders. Und der darf nicht eingeräuchert sein. Im Mausschuss nämlich. Keine Schleichwerbung. Weil ich mein, Eier haben wir ja sonst nicht. Das Rock-Rom ist so Kamillentee oder Honig. Hey, eins, zwei, sechzehn, achtundvierzig. Hammer. Mal schauen. Hallo. Alter, hier, lass mal auf, pass auf. Gebt ihr mal den. Krasse, oder? Da merkst du, wie sensibel dieses Mikrofon ist. In seltener Anblick, alle vier in der Gesangskabine zusammen. Hallo. Hallo. Wir sind in Jumel. Moschus, ich singe dir ein Städtchen hier. Auch wenn das vielleicht etwas Homo rüberkommt. Aber du machst einen wunderbaren Gesangssound. Das findet auch der Pol, der mich gerade filmt. Und die Band ist am Start. Ja, dann sind wir fertig, würde ich sagen. Ja, dann sind wir fertig, würde ich sagen.